Ach, Benni, du, deine Brusthaare, die machen mich ganz wahnsinnig. Diese drei Brusthaare da, oder was? Moin, meine Lieben, mein Name ist Kersi Nord. Ich bin Ben sogar. Und wir spielen jetzt Songtexter ab. Viel Spaß. Hoch oben, da steht... Ja, ist ja klar, ne? Ist ja easy. Ja, das ist total... Das sag du mal. Das ist der Andi Gabalier mit Superstar. Was das zwischen uns auch ist. Bilder, die man nie vergisst. Und dein Blick hat mir gezeigt. Das ist unsere Zeit. Und dein Blick hat mir gezeigt. Das ist unsere Zeit. Das ist Helene. Das ist Helene. Hey, weißt du was? Das ist das erste Mal, dass ich Helene erraten habe. Jetzt werde ich wieder eingeladen. Hast du sonst immer Danine erraten? Immer verkackt, ja. Bei mir geht es mir so mit DJ Ötzi und Manta Kelly. Immer volles Ballett daneben. noch kurz ein letzter Blick. Noch kurz spielt mein Kopf verrückt. Besser wird das heute nichts mit uns. 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 Nichts mit uns, yeah. Da habe ich jetzt mal keine Ahnung. Erst mal was wir lassen. Sonja Liebing. Sonja Liebing. Eine Nacht. Sonja, da waren wir jetzt überfragt. Wo bleibst du denn da so? Grüße gehen raus an Sonja. Sonja, weißt du beseit. Nee, aber ich muss das echt nicht. Plötzlich überwältigt vom Glück, ganz verstehen kann ich es nicht. So, jetzt mach mich nicht schwach, Freundchen. Weil sonst muss ich dir leider eine Kopfhörer geben. Na, der ist ja Kerstin Ort natürlich. Und wer ist das noch? Ja, der ist natürlich Kerstin Ort. Und dann ist er nämlich hier plötzlich, ist er noch plötzlich mit. Ja, Leute, das sind, äh. Wenn. Also ich muss das ganz kurz mal retten, weil als er den Text mitgeschrieben hat, ist er einfach eingeschlafen. Ja, um Gottes Willen, das habe ich gesagt. Ja, an diesen Tagen, an diesen Tagen. Ja, um Gottes Willen mit dir, führt plötzlich jeder Weg ans Schirm, als können wir nicht vergehen. Du bist bestimmt schon vergeben und du hättest Chancen bei jedem, fährst du ein glückliches Leben und kommt gleich jemand zu dir. Ach, Benni, du, deine Brusthaare, die machen mich ganz wahnsinnig. Diese drei Brusthaare da, oder was? Ach, das ist so krassbar. Vielleicht ist das, äh, lebende Legende Howard Carpney. So, warum tanzt du so allein? Das hast du richtig gut. Warum tanzt du so allein? Das kann doch nicht richtig sein. Jeder kann dich leichten sehen. Und deshalb kann keiner verstehen. Mit vollen Segeln im Wind, das ist kein Nenu, Santiano. Eigentlich schon, ne? Mit vollen Segeln im Wind, bis die Nacht beginnt, dann tanzen wir im Sternenlicht, bis die Sonne wieder... Nee, die erste Zeile ist Santiano, aber dann hört's auf. Bis die Nacht beginnt, dann tanzen wir im Sternenlicht, bis die Sonne wiederkommt. Mit vollen Segeln im Wind. Oh! Wieso? Stern, Nick P. mit den Füßen im Meer. Ja, nee, also, ja, also Nick, das versteht, also da, nee, Nick ist super, mögen wir natürlich, allerdings... Hör auf, ja. Wir kennen ja jetzt auch nicht alles, also das ist ja auch viel jetzt, wir haben ja jetzt auch schon ganz viel erraten und dann kommt es ja auch mal dazu, dass man sich... Und ich hab das Gefühl, wir machen uns unbeliebt, wenn wir weiterraten. Ja, echt, das wird so langsam? Ja. Nick, ne? Du, sie gehen raus, weißt du Bescheid. Nimm's uns, also mir nicht übel, wir haben versucht, aber... Mir schon, weißt du? Nimm's mir nicht übel. Ach so, das... Nimm's mir nicht übel, aber... Nein, okay. Danke fürs Zuschauen. Und schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Viel Spaß. An diesen Tagen, nur an diesen Tagen mit dir, wird es nicht jeder Weg anziehen, als könnte uns nichts passieren. Wird es nicht jeder Weg anziehen, als könnte uns nichts passieren. Wird es nicht jeder Weg anziehen, als könnte uns nichts passieren. Bist du Bescheid? Ja, ich habe mich Angst. Dann... Losige Eureuf zu Mickey und pipes.